Hallo und herzlich willkommen zu diesem Krone Sommergespräch. Dieses Mal bei mir zu Gast ist Vizekanzler Werner Kogler. Guten Tag. Guten Tag, danke für die Einladung. Herr Vizekanzler, waren Sie denn schon im Urlaub? Nein. Ich habe gelesen, dass Sie planen, nach Italien zu fahren und das mit dem Zug. Und weil das bei Politikern ja aktuell ein Thema ist, in Zeiten einer schwächelnden Wirtschaft. Darf man denn das überhaupt nach Italien fahren oder sollte man dann nicht lieber die heimische Wirtschaft abschließen? Nein, man dürfte es schon. Ich habe mich auch im Konjunktiv ausgedrückt. Ich werde ja nicht nach Italien fahren. Ich habe nur mal behauptet, zutreffenderweise denke ich, dass keiner ein schlechter Mensch ist. Wenn er nach Italien fährt, das wird bei mir leider eher nicht der Fall sein. Ich werde mich irgendwo in den Bergen verstecken. Die Betonung liegt auf verstecken. Aber sehen Sie das auch so, was die Argumentation der Kritiker ist, dass man als Politiker, der dazu aufruft, im Land Urlaub zu machen? Ich rufe nicht dazu auf. Die Bundesregierung? Mir ist nicht bekannt, dass die Bundesregierung Urlaubspläne und Vorschriften ausgerufen hätte. Ich habe meins dazu gesagt, es ist niemand ein schlechter Mensch, wenn er im Ausland urlaubt. Allerdings, was da wie dort gilt und in manchen Ländern wahrscheinlich noch viel mehr, weil Österreich ja gut dasteht mit den Infektionszahlen, ist die Regeln einhalten. Das wird immer wichtiger. Wir sehen ja, wo das hinführt, wenn man wieder ein bisschen den Schlendrian einreißen lässt. Und der Abstand halten ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und sonst die üblichen Hygienemaßnahmen. Und dort, wo es jeweils vorgeschrieben ist, das ist ja in einigen Ländern eh der Fall, und in Österreich regional unterschiedlich, dann den Mund-Nasen-Schutz nehmen. Es ist halt einmal so. Es ist kein normaler Sommer, aber das Leben geht weiter und wir sollten es auch so weit es geht genießen. Ihr Einstand in dieser Legislaturperiode war ja recht ungewöhnlich durch Corona und auch kein leichter. Wie ist denn Ihr Fazit dieser Corona-Zeit? War das für Sie leichter, sich zurechtzufinden auch in der Bundesregierung? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also, es ist jedenfalls die Verantwortung noch einmal gestiegen. Das waren sicher dramatische Entscheidungstage, manchmal Stunden, wie es selten in der Zweiten Republik der Fall war. Wir haben aber von vornherein gewusst, dass für die Grünen das eine große Aufgabe ist, überhaupt in eine Regierung einzutreten. Noch dazu, wo wir ja quasi mit nichts gestartet waren. Und diese Corona-Krise hat einfach die Herausforderungen und den Verantwortungsbereich erweitert. Das haben wir gerne genommen. Politik muss ja vor allem Sinn machen und ich glaube, da hat man sehr Sinnvolles tun und entscheiden können und das wird ja weitergehen. Vor einem Jahr haben Sie in unserem Sommergespräch noch gesagt, dass Sie wie Clint Eastwood in die Stadt einreiten wollen und der Rest sich ergibt. Das ist Ihnen ja durchaus ganz gut gelungen und sonst würden Sie heute nicht hier sitzen als Vizekanzler, aber Sie haben die grüne Brille, die Sie damals getragen haben, zu unserem Sommergespräch nicht mehr dabei, sondern sitzen jetzt im Sarko und im Anzug. Sehr staatsmännisch könnte man sagen. Wie viel Clint Eastwood steckt denn noch in Ihnen? Also erstens habe ich den Clint Eastwood zitiert, weil er ein super Prinzip gehabt hat, das auf die Situation der Grünen hervorragend gepasst hat. Wir haben eben mit ganz wenig versucht, was zu erreichen und da ist immer Risiko dabei und deshalb die Aussage oder das Zitat, wir reiten in die Stadt und der Rest ergibt sich. So war es dann auch und die Erfolge waren ja viel schneller und viel höher als wir erwartet haben. Das muss man zugeben, auch ohne Koketterie. Das hat aber die Verantwortung umgehend noch gesteigert. Wir sind ja sofort in die Lage gekommen, alleine mit einer anderen Partei, mit der zweiterfolgreichsten oder ersterfolgreichsten, wie Sie zählen wollen, in Regierungsverhandlungen zu kommen. Die beiden Wahlsieger, die großen Wahlsieger, die aber unterschiedlich erfasst hätten, nicht sein können. Das war die Herausforderung und das hat dann weitergegolten. Ja, wir haben ja auch Beschlüsse gefasst, die Regierungsverhandlungen aufzunehmen und dann einen Vertrag abzuschließen. Und jedes Mal hat man nicht gesehen, was hinter der Kurve kommt. Und haben Ihnen eigentlich der Bundeskanzler und Co. eigentlich schon verziehen, dass sie sie vor einem Jahr noch Schnösel-Truppe genannt haben? Ja, ich denke deshalb, weil ich ja nicht müde wurde, dann zu betonen, weil das immer wieder auftaucht. Das ist ja eigentlich die Weitergabe eines Zitats aus ÖVP-Kreisen ist. Allerdings aus solchen, die nur zur Freude gehabt haben, dass da eine sich zum Erfolg anschickende, relativ junge Truppe auf den Weg macht. Ich hätte es ja damals übersetzt, dass das irgendwie die Sorge war von den besonders konservativen ÖVP-Lern in ländlichen Regionen, dass da so ein Vergrasserungsphänomen entstehen könnte. Und ich habe das dann deshalb genommen, weil der Grasser-Skandal schon so lange zurück ist, dass möglicherweise eine halbe Generation schon nicht mehr folgen kann. Ich glaube, das ist kein Thema. Also das wurde dann verziehen? Nein, was glauben Sie, was man sonst schon in die Vergangenheit zurück alles aufwärmen oder austauschen müsste, da wird es überhaupt keine Regierungen mehr geben auf der Welt. Aber wir kommen zur Gegenwart. Außer Diktaturen, ja. Da ist alles wurscht. Die Umfragewerte, die sind ja durchaus gut und die bescheinigen auch türkis-grün sehr gute Zahlen. Und was für eine kleine Umfragesensation gesorgt hat, ist, dass der Gesundheitsminister Rudolf Anschober nach sieben Jahren tatsächlich Sebastian Kurz vom Beliebtheitsthron gestoßen hat. Sind Sie denn stolz auf ihn, weil er ihn eben vom Beliebtheitsthron gestoßen hat? Oder sind Sie ein bisschen neidig, weil Sie nur Platz drei sind? Ja, ich bin einmal angetan und wenn Sie so wollen, stolz, dass mit Rudi Anschober, ein Grüner, das so gut macht. Ich gebe ja weniger auf Umfragen, das ist ja eigentlich bekannt, aber er macht seine Sache super. Und das macht mich ja nicht nur stolz, sondern das führt ja auch dazu, dass man auch Sicherheit über seine eigenen Entscheidungen gewinnt. Ich denke, das ganze grüne Regierungsteam ist hervorragend aufgestellt und die Zuschreibungen sind ja auch da. Die sind mir fast wichtiger als nur Umfragen. Und ich bin in dem Sinn auch auf Alma Sadic und Leonore Gewessler stolz und die neue Staatssekretärin Andrea Mayer macht es auch sehr super. Aber Anschober war natürlich und ist immer noch im Zentrum der Entscheidungen und er hat uns gemeinsam mit anderen Regierungsmitgliedern wirklich gut durch diese Krise geführt. Und ich glaube, daher rührt auch die Anerkennung. Und was er noch hat, ist eine gewisse Fehlerkultur. Bei der Geschwindigkeit müssen Fehler passieren. Und da ist er auch so vorzustellen und es folgt für Transparenz und versucht es zu korrigieren. Auch das ist eine tolle Eigenschaft, die, glaube ich, kodiert wird. Sie sprechen es gerade an. Rudolf Anschober hat von einer Reihe von Fehlern gesprochen, die passiert sind. Und das sind ja sehr heilsame Worte, die man recht selten von Politikern hört. Und Fehler sind ja durchaus passiert in der Hitze des Gefechts. Und der Verfassungsgerichtshof hat ja befunden, dass einige Maßnahmen während dieser Corona-Krise gesetzeswidrig waren. So zum Beispiel eben die Ausgangsbeschränkungen. Was ist denn die Lehre daraus? Muss man sich vielleicht bei den Bürgern dafür entschuldigen? Muss man vielleicht dann gewisse Strafen, die aufgrund dieser Verordnungen passiert sind, dann zurücknehmen oder eine Amnesie bieten und die Strafe refundieren? Na, das sind drei Dinge. Die Strafen selber werden natürlich gestoppt dort, wo die Verfahren noch laufen. Das macht ja die Exekutive selber schon. Die andere Frage von Amnestien ist rechtlich ein bisschen schwieriger. Das wird ja auch im Gesundheitsministerium von den Juristinnen und Juristen geprüft. Und das ist juristisch ein schwieriger Weg, weil wir wollen die bürgerfreundlichste Lösung natürlich. Das ist dort. In der Sache war ja alles völlig richtig. Also man muss ja immer zwischen dem Inhalt und dem Kern von einer Entscheidung ausgehen. Und der war ja wohl der, und das ist auch nach wie vor für richtig anerkannt, dass Ansammlungen von Menschen zu jeder Tageszeit unterbunden werden sollten. Weil genau das hat ja Österreich zu den erfolgreichsten Ländern der Welt gemacht, dass wir das im richtigen Zeitpunkt auch verordnet haben. Wenn man so will, ist es ein juristischer Fehler, weil die Verordnung mit dem Gesetz noch übereingestimmt hat. In einem Fall steht spezielle Plätze, in einem anderen steht öffentlicher Raum. Wenn Sie so wollen, okay, nehmen wir hin. Aber ich bin schon der, der schaut, was passiert und was funktioniert. Und das hat hervorragend funktioniert. Und gut, dass wir das so gemacht haben. Ein ganz anderes Thema vergangenen Sommer. Wie wir da gesessen sind, hatten wir einen Hitzesommer und das beherrschende Thema im Wahlkampf war ja durchaus auch der Klimaschutz. Und jetzt spricht eigentlich niemand mehr davon und jeder spricht von Corona. Wie sehr schmerzt Sie das, dass der Klimaschutz derzeit kein Thema ist? Naja, ich glaube, er ist ein Thema, der Umwelt- und Klimaschutz, massiv sogar. Dass jetzt die Gesundheitskrise besprochen wird, ist ja nur logisch und richtig. Wir tun sie auch gerade zu Recht. Aber es ist schon auch eine Erkenntnis, dass immer mehr Menschen begreifen, und sie schreiben es uns ja auch so nach dem ersten Corona-Schock, wenn man so will, das hat nicht so lange gedauert, dass ja mehrere Krisen jetzt auf einmal da sind. Die Gesundheitskrise, und zwar nicht nur in Österreich, fast weltweit, woanders sind leider noch viel dramatischer. Eine daraus resultierende der Wirtschafts- und Sozialkrise. Und aber immer noch, die Klimakrise, die geht ja deshalb nicht weg. Und gegen die werden wir auch keine Impfung haben. Und so entsteht ja die Erkenntnis, dass man ökonomisch vernünftig und sozial verantwortungsvoll und vor allem ökologisch nachhaltig uns daraus manövrieren müssen, aus diesen allen Krisen. Und wozu führt das, und da schaue ich mir ja die Ergebnisse an, dass bei diesem Rausinvestieren aus der Krise, jedenfalls in Österreich, aber auch, wie wir sehen, europaweit, da ist ja auch viel mehr gelungen, als man aufs erste Hinschauen vielleicht begreifen würde, uns mit Klimaschutzmaßnahmen und vor allem mit Klimaschutzmaßnahmen aus der Krise heraus investieren sollen und wollen. Und in Österreich wird das auch gelingen. Die meisten dieser Milliarden, die jetzt vorgesehen sind, und es sind gerade bei uns sehr, sehr viele, sind für diese Umweltschutz- und Klimaschutzmaßnahmen reserviert. Also mehrere Fliegen mit einer Klappe, Gesundheitskrise bekämpfen, die Folgen der Wirtschaftskrise und in den Klimaschutz investieren. Aber gerade auf EU-Ebene gibt es ja sehr viel Kritik, dass da das Budget für den Klimaschutz gekürzt werden muss. Ja, das ist leider nur falsch. Das leider bezieht sich aber auf einen Punkt. Es gibt ein paar Spezialposten in jedem Budget. Da hat es Kürzungen gegeben, weil man sich auf bestimmte Summen Menschen halt geeinigt hat. Insgesamt aber, und ja, wir wären da mutiger und europäischer gewesen, aber das ist ja schon das Einzige, was hier zu kritisieren wäre, in der Summe, man muss ja die Dimensionen erkennen, über das ganze Budget. Das ist weit mehr, als wir erwartet haben. Und wir haben uns ja da laufend abgestimmt, auch mit dem Bundeskanzler, als über 1,8 Billionen, das sind 1.800 Milliarden. Das Rettungspaket, das neue und der Haushalt, den es immer schon gegeben hat. Und das war noch nie, dass alle EU-Ausgaben dem 30 Prozent für Klimaschutz ausgegeben werden müssen. Und das ist ja ein Vielfaches davon, als an dieser einen Position schmerzlich gekürzt wurde. Aber das muss man halt in der Dimension sehen. Also so viel Klimaschutz wie jetzt war noch nie, auch in der Union. Experten sagen aber, dass das trotzdem nicht reichen wird, diese 30 Prozent, dass Minimum 40 Prozent notwendig sein werden. Diese Experten kenne ich nicht. Ich bin froh, wenn wir die 30 Prozent auf die Piste kriegen. Wir haben viele europäische Länder, die noch gar nicht so schnell so viele Programme hier bei der Hand haben und die wir dabei unterstützen müssen. Man muss das auch prüfen. Auch da stimme ich mit dem Kanzler über ein, dass das nicht für irgendwas ausgegeben wird, sondern eben zweckgebunden. Und insofern glaube ich, ist es schon einmal gut, wenn wir in den ersten Jahren da anständig Frontloading, würde man da in Englisch sagen, aber sagen wir einmal ökologische besser auf die Piste bringen. Und zwar gleich. Das wird schwierig genug. In Österreich stehen wir da viel besser da, wie wir mit unseren Programmen loslegen. Und auf Unionsebene ist das eine Herausforderung. Und ich bin wirklich froh, wenn wir das Drittel, also de facto ein Drittel, umsetzen. In der Corona-Krise gestrauchelt sind ja auch Fluglinien, unter anderem auch die Austrian Airlines. Wie erklären Sie denn als Grüner eine steuerfinanzierte Fluglinienrettung mit der Forderung nach mehr Klimaschutz? Ja, auch da gilt wieder, dass gerade dort dieser Dreischritt ökonomisch vernünftig auch sozial verantwortungsvoll, da geht es ja doch um viele Arbeitsplätze, da unten nämlich in Schwächert. Und immerhin ökologisch verbessert. Warum das ist nämlich, würde man nichts machen, dann hätte man das Drehkreuz verloren, aber es würde deshalb auf die Dauer und im Durchschnitt, das Drehkreuz, also des Flughafens, aber es würde auf die Dauer und im Durchschnitt nicht so viel weniger geflogen werden, weil uns dann erst recht die Billigfluglinien um die Ohren rauschen. Und das haben wir genau umgedreht. Erstens ist einmal die Förderung viel, viel geringer als ursprünglich geplant. Also das ist ein Minimum von dessen, was man in anderen Ländern zahlt. Zweitens, selbst diese Forderungen sind mit ökonomischen Auflagen verknüpft. Selbst die Auer muss bis 2030 ihre Emissionen, Treibhausgase, massiv reduzieren. Das können sie mit neuen Flugzeugen, die früher oder später ja kommen werden. Das ist auch mit der Mutter, mit der Lufthansa so vereinbart, weil die waren im Wald ja unser Verhandlungspartner. Und die Rahmenpakete sind ja erst recht nur mehr ökologisch. Es gibt Flugticketabgabe für die besonders perversen Kurz- und Ultrakurzstreckenflüge. Und darüber hinaus haben wir das ja damit verbunden, dass wir voll in den öffentlichen Verkehr, vor allem in den Schienenverkehr investieren. Der wird ja immer besser und wenn Sie mit der Auer reden, dann werden wir drauf kommen, dass in diesen allen Gesprächssituationen nicht nur der Eindruck entsteht, sondern das echte Vorhaben mit den schnellen Railchats unter den Flughafen reinzufahren. Das ist ja alles schon hergerichtet, teilweise funktioniert schon. Und dann steigt man mehr oder weniger von dort um hinauf zum Gate und das geht ab die Post. Das ist schon eine massive Verbesserung, weil ja dann dieses kurze Herumfliegen nach hinten gedrängt wird und das wird in den nächsten Jahren schrittweise verschwinden. Ein Thema, das auch noch zum Klimaschutz gehört, ist das Thema Plastik. Im Vergleich verbraucht Österreich immer noch viel zu viel Plastik. Laut einer Studie werden hierzulande pro Kopf um 50% mehr Plastikflaschen verbraucht als im EU-Durchschnitt. Aber nicht nur das, sondern wir haben auch die niedrigste Recyclingquote in der Union und das bei einem der höchsten Müllaufkommen. Und das alles, obwohl die Grünen in der Bundesregierung sind. Wie kann das sein und was wird dagegen getan? Naja, es wird vor allem was dagegen getan, weil die Grünen in der Bundesregierung sind. Wir haben es ja, Ausbau öffentlichen Verkehr oder andere nicht günstige Umstände im Umweltbereich. Ich will deshalb nicht so verantworten, weil wir bis jetzt noch nicht einmal regiert haben. Aber wir versuchen natürlich das Rot in die Hand zu nehmen und umzusteuern, im besten Sinn des Wortes. Und die Plastikfrage, das ist vor allem ein Problem der geringen Recyclingquote, soweit ich die Zahlen verstehe. Das weiß ich, die anderen kann ich jetzt nicht überprüfen. Aber das ist ja wieder das Gute am europäischen Gleichklang. Österreich wird wirklich gut beraten sein und das hat ja auch Greenpeace so verlautbohrt und mit denen sind wir natürlich auch ständig in Kontakt. Hier jetzt massiv was zu tun. Warum? Weil die Union eine Plastikabgabe veranlassen wird, genau für nicht recyceltes Plastik. Das ist genau eine dieser Umweltmaßnahmen, die jetzt dort gemeinsam beschlossen wurde. Und das wird dazu führen, dass der Anreiz steigt, dass viel mehr Plastik, wenn es schon da ist, wiederverwertet werden muss, auf die eine oder auf die andere Art. Und insofern glaube ich, dass wir in fünf Jahren da wieder Rückschau halten sollen. Und ich bin überzeugt davon, dass da massiv etwas weitergegangen ist, wie in vielen anderen Umwelt- und Energiebereichen auch. Wir kommen zu einem anderen Trademark-Thema von den Grünen, und zwar zum Thema Transparenz. Sie wollten ja eigentlich den Untersuchungsgegenstand beim Urausschuss einengen. Der Verfassungsgerichtshof hat dann entschieden, dass das alles so passt, wie NEOS und die SPÖ das auch eingebracht haben. Sind Sie jetzt dennoch mit der Arbeit vom Urausschuss zufrieden, obwohl Sie denn eigentlich so, wie er jetzt ist, nicht wollten? Naja, zwei Punkte. Es ist ja gut, dass der Verfassungsgerichtshof entschieden hat. Es war ja diese ganze Regelung, dass eine Minderheit den Ausschuss einsetzen kann und darf und soll. Und dass der Verfassungsgerichtshof zur Entscheidungsinstanz erhoben wird, das haben ja wir Grüne durchgekämpft. Da war ja selber noch lang genug dabei. War nicht einfach. Super Sache. Deshalb alles Recht dort. Trotzdem hat es Auffassungsunterschiede gegeben. Sie haben es angesprochen. Meine Sorge war, und das löst sich ja teilweise jetzt ein, muss man aber zur Kenntnis nehmen, dass wir es da mit dem Graut- und Rübenausschuss zu tun haben, weil alles total in die Breite geht. Und sozusagen, ich traue mir da schon ein Urteil zu, gerade im Sinn der Aufklärung es vernünftiger gewesen wäre, in so einem Bereich vielleicht mehr in die Tiefe zu gehen. Jetzt müsste ich da unten auf den Tisch greifen. Und das wäre eben zum Beispiel der Glücksspielbereich gewesen. Das hätte nur zur Konsequenz gehabt, dass wir da Jahre zurückschauen hätten müssen. Man kann die Glücksspiel-Skandale, die Novomatic-Skandale nicht erklären, indem ich sage, in Ibiza ist ein Video entstanden und ich schaue nur von dort weg nach 2020 herauf. Das verstehst du nur, wenn du zehn Jahre mindestens zurückgreifst. Das hätte nur die blöde Konsequenz, dass er die SPÖ gefragt hätte werden müssen. Wie habt ihr zugelassen, dass ein Novomatic-Konzern sich einkauft in die österreichische Casinos AG? Ich finde ja das bis heute völlig unverständlich, um nicht ärgere Worte zu gebrauchen. Und wir haben schon seit 2006 festgestellt, wie hier in die, da waren wir noch in Opposition, wie hier immer wieder versucht wurde, in die Gesetzeswerdung und in die Regierung reinzugreifen. Also wir haben da wirklich den größten Konflikt, selbst mit diesen Umständen und mit dieser Novomatic. Es sind ja immer die Grünen Klubaubleute, ob es jetzt im Wiener Landtag ist, im Niederösterreichischen, die hier die entsprechenden Prozesse auch führen mit Novomatic. Also wir sind da nicht nur hochweiß und kämpfen auch an vorderer Front. Und deshalb wäre es gut gewesen, da hätten sie noch ein paar angeschlossen und würden jetzt nicht über alles gleichzeitig und am Schluss über nichts reden. Sie haben gesagt, Sie kämpfen an vorderster Front. Aber wie sehr können die Grünen tatsächlich bei der Aufklärung von möglichen Intransparenzen, von Postenvergaben mithelfen, wenn es denn um ihren Koalitionspartner auch zu einem Teil, den Türkisen geht? Naja, da sind wir schon der Aufklärung verpflichtet. Das ist ja auch untereinander so bekannt. Wir besprechen das ja insofern, als wir ja schon darüber reden, was wollen wir in Zukunft besser machen. Da haben wir jetzt ein offenes Ohr. Und das macht ja genau den Unterschied, weil das immer gefragt wurde oder auch bei uns vor einem Jahr im Wahlkampf, wie könnte das sein, wenn sich das alles ausgeht? Nein, das macht eben einen riesen Unterschied, ob mit der ÖVP die blauen regieren, die erstens den Klimawandel immer geleugnet haben, zweitens sowieso notorisch in die Kasse greifen, oder ob die Grünen regieren, nämlich mit ihren umweltpolitischen Ambitionen oder eben auch mit ihrem, glaube ich, unbändigen Drang und Kampf für mehr Transparenz. Das wird gelingen und wir werden das heuer fertig machen und im nächsten Jahr ein Transparenzpaket haben, das sich gewaschen hat. Wir kommen da von der hinteren Liga an die europäische Spitze damit. Sie hatten auf Ihrer Arbeitsmappe immer den Slogan von sich stehen, Comeback, saubere Politik. Ist denn die Politik durch die Grünen in der Bundesregierung sauberer geworden? Ja, auch wir müssen das erst beweisen. Ich nehme das gerne so. Ich bin überzeugt davon, dass das gelingt und gemessen mit allen anderen Alternativen wird das Slogan saubere Umwelt, saubere Politik mit Sicherheit am stärksten eingelöst, Argumente wie vorher. Ich glaube, dass gerade auch die jungen Abgeordneten im U-Ausschuss jetzt, Nina Tomaselli, David Stöckmüller, einen überraschend klaren, direkten und guten Beitrag leisten, auch zur Aufklärung. Aber wir arbeiten natürlich daran, genauso wie in anderen Ausschüssen hier schon in diese Untersuchungsberichte die Verbesserungsvorschläge einzubringen. Ich glaube, es wird Österreich sich an dieser Stelle wirklich verändern in den nächsten Jahren. Wir waren auch nicht gut, aber jetzt wird es gut. Eine urösterreichische Tradition ist ja tatsächlich, dass Posten schachern und dass eben dann groß umgefärbt wird, wenn es eine neue Bundesregierung gibt oder jemand einen neuen gibt in der Bundesregierung. Und die Grünen hatten und haben ja auch die Möglichkeit, Posten zu besetzen und teilweise auch davon Gebrauch gemacht, so zum Beispiel bei der Vizepräsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Wo ist denn da der Unterschied zu den Vorgängerregierungen? Naja, das war Kompromiss immer. Das ist ein Regierungsvorschlag. Und also dort ist die Personalentscheidung, glaube ich, super gut gelaufen und vertretbar, weil wir eine hochkompetente Frau gewonnen haben, die eben auch nicht nur Verfassungsrichterin, sondern auch Vizepräsidentin geworden ist. Und generell möchte ich sagen, dass uns ja manchmal vorgehalten wird, wir würden machtpolitisch zu wenig auf die Waagschale legen oder wie man so sagt, auf Wienerisch antrucken. Ich will das gar nicht weiter qualifizieren, aber tatsächlich haben wir Postenbesetzungen bei mir im Haus, an der Spitze des Ressorts, wo auch eine junge, engagierte Frau Generalsekretärin wurde, die aus der, jetzt im guten Sinne der Verwaltung kommt. Ich habe sie nicht gefragt nach einem Parteibuch, ob sie überhaupt eins hat. Und siehe da, sie hat eins, aber kein Grünes. Und das machen wir öfter so. Wenn einmal jemand dabei ist, der eine gewisse Grüne hat, wird es auch gut sein, weil eins, aber das habe ich früher schon immer gesagt, eins muss natürlich schon klar sein, wenn wir öffentliches Eigentum haben, wenn wir in der Verwaltung Spitzenpositionen besetzen wollen, dann müssen die natürlich in der Sache mit der Regierungslinie übereinstimmen, weil alles andere geht ja nicht. Wir können nicht die ÖBB besetzen mit Leuten, die auf Autobahnen setzen. Die gibt es ja. Die sind ja nicht noch ganz weg. Die gehören meistens zu anderen Parteien. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem ökologischen Umfeld natürlich für eine neue Verkehrspolitik, die unbedingt notwendig ist, auch da wieder europaweit führend, eben genau dort finden, das ist ja naheliegend. Und genauso werden wir das auch machen. Insofern, glaube ich, muss man differenzieren zwischen dem, was ist einfach eine Haberer-Wirtschaft oder eine Freundelwirtschaft und was ist eine Besetzung, wo zweierlei zusammenkommen muss oder dreierlei. Die Richtung muss stimmen, jetzt aber nicht unbedingt parteipolitisch, sondern wo man die Republik hinnavigieren will, der darf ja nicht einen anderen Kompass eingebaut haben. Da kommst du ja nirgendwo hin mit einem Schiff. Und wir wollen dieses Schiff steuern. Und das Nächste ist die Kompetenz oder das Erste ist ja egal. Und auch entsprechendes Engagement. Also das sind die drei Zutaten, denke ich. Das ist jetzt ein ganz harter Schnitt, aber wir sind schon am Schluss. Und zum Schluss noch eine ganz persönliche Frage. In unserem letzten Interview sagten Sie, dass Sie gern zehn Prozent Ihres Körpergewichts abnehmen wollen und wir Sie als Kronenzeitung dabei begleiten dürfen. Wie schaut es denn aus? Ja, das Angebot kann ich erneuern. Ich kann eine Zwischenbilanz abgeben. Ich habe ja sozusagen in alter oststeuerischer Tradition dann damit begonnen zu Beginn der Fastenzeit. Das ist ja auch ganz gut losgegangen. Allerdings ist dann die Corona-Krise dazugekommen und bei mir wieder drei Kilo rauf, die drei runtergegangen sind. Jetzt habe ich ein neues Datum ausgerufen, weil das war jetzt eine denkbar schlechte Zeit. Mitte August, also sagen wir den 15. Und bei mir wären jetzt die zehn Prozent neun Kilo. Also das kann man auch noch transparent machen. Also rund neun Kilo. Also wenn wir vor 93 dann auf 84 kommen würden, dann haben Sie jetzt zumindest die Rechnung präsentiert bekommen. Und Sie können mir dann die Rechnung präsentieren, wenn es nicht gelungen ist. Also es geht da echt um einen Neustart. Aber ich muss diese Corona-Kilos abziehen oder wieder wegbringen und neu starten. Weil sonst geht sich das noch aus. Ich bitte schon um Verständnis. Wie wir alle. Vielen Dank Herr Vizekanzler. Danke auch. Herzlich willkommen zu diesem Sommergespräch. Heute bei mir zu Gast ist die SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, Frau Rendi-Wagner, waren Sie denn jetzt eigentlich schon im Urlaub? Ja, ich war ein paar Tage, acht Tage mit meiner Familie auf Urlaub. Hab aber zum Glück auch noch ein paar Tage in der Steiermark im August vor mir, wo wir ein bisschen wandern gehen. Sie waren ja in Zypern auf Urlaub und das hat für recht viel Aufregung gesorgt. Die Kritik lautete, dass man lieber als Politiker seine Vorbildfunktion erfüllen sollte und im Land Urlaub machen sollte und die heimische Wirtschaft auch unterstützen sollte. Verstehen Sie denn diese Kritik? Also ich habe immer ganz klar gemacht, dass es zweierlei gibt. Da gibt es mal den Aspekt Corona-Risiko, ja oder nein im Ausland. Und da ist für mich klar, man muss die Sicherheitsregeln, die Maßnahmen, die es gibt, einhalten. Egal ob man jetzt im Inland Urlaub macht, ob man zu Hause bleibt oder ob man ins sichere Ausland fährt. Und das ist ganz wichtig ins sichere Ausland, weil das Außenministerium hat ja eine ganz klare Liste auf der Website, wonach die Länder aufgelistet werden nach den Infektionsrisiken. Und wenn das Risiko gleich oder geringer ist als in Österreich, dann sind diese Länder mit keiner Reisewarnung versehen. Und ich war, wie alle bereits wissen, auf Zypern mit meiner Familie, weil dort eben ein viel geringeres Infektionsrisiko derzeit, das kann sich jederzeit ändern, aber derzeit und in den letzten Wochen und Monaten geherrscht hat als in Österreich. Daher keine Reisewarnung besteht. Aber natürlich die Sicherheitsvorkehrungen, das habe ich meinen Kindern auch tagtäglich dort gesagt, müssen sie im Urlaub genauso einhalten und das gilt natürlich für alle Urlauber. Und was die wirtschaftliche Wirtschaftsankurbelung betrifft, so ist das richtig, dass wir natürlich durch vielerlei politische nachhaltige Maßnahmen, ich hoffe, wir kommen auf das Thema heute noch, die ankurbeln muss, die Konjunktur ankurbeln und stabilisieren muss. Da gibt es viele Aspekte, die es hier zu berücksichtigen gilt. Aber natürlich auch die europäische Dimension, die man nicht außer Acht lassen muss. Wir sind die Europäische Union und Österreich ist keine isolierte Insel. Wir hängen mit den Wirtschaftssystemen, mit dem Handel, ganz stark mit südlichen Ländern, mit Italien, aber auch mit Griechenland natürlich zusammen. Und daher gilt es natürlich auch europäisch zu denken. Was man tun muss jetzt nach der Krise, dazu kommen wir dann noch. Aber wir bleiben vorerst in Österreich und bei der aktuellen Krise. Sie waren ja eine der Ersten, die auch die Wiedereinführung der Maskenpflicht in Österreich in den Supermärkten gefordert hat. Und das wurde dann tatsächlich auch von der Bundesregierung so umgesetzt, wie Sie das auch gefordert haben. Aber können Sie uns nochmal erklären, warum braucht es denn wieder die Maske in den Supermärkten, wenn jetzt kein Fall bekannt ist, also kein Ansteckungsfall im Supermarkt bekannt ist, geschweige denn ein Cluster? Also erstens haben wir eine Entwicklung. Wir sehen in den letzten Wochen eine eindeutige Zunahme an Corona-Fällen in Österreich. Wir sind jetzt im dreistelligen Bereich, Zuwächse dreistellig über 100 pro Tag. Das muss man ernst nehmen, das muss man wachsam kontrollieren. Und ich glaube, man hat das damals, die Regierung, zum Zeitpunkt der Lockerungen, und das ist ja schon einige Zeit her, Mitte April wurde gelockert, durften die Geschäfte wieder aufmachen, nach und nach auch die Gastronomie, zuletzt leider dann erst die Schulen. Aber man hat da etwas zu stürmisch, was die Maskenpflicht, glaube ich, anlangt gehandelt, zu optimistisch und hat gesagt, es darf alles fallen, ohne dass man ein Konzept hat für eine Teststrategie, ohne dass man weiß, wo man genauer testen muss, gezielter testen muss, um den Überblick zu bewahren. Weil wer lockert, muss testen. Weil das Virus löst sich ja nicht in Luft auf, wenn wir lockern, ganz im Gegenteil. Wenn gelockert wird, die Urlaubssaison beginnt, die Menschen aus dem Ausland kommen, die Gäste zu Besuch nach Österreich, dann steigt das Infektionsrisiko wieder an. Und daher müssen wir natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen, die zumutbar sind, und ich meine, Masken tragen 20, 30 Minuten im Supermarkt, ist zumutbar. Da kommen viele Menschen oft in kurzer Zeit auf engen Raum zusammen, können den Sicherheitsabstand nicht wahren. Und daher ist es wichtig, dass wir dort sagen, es ist zumutbar. Dort tragen wir als Schutz für die anderen. Weil ich schütze ja in erster Linie die anderen durch die Maske. Und wenn wir sie alle tragen, dann sind wir alle geschützt. Das ist zumutbar. Und deswegen habe ich gesagt, darauf sollten wir und dürfen wir nicht verzichten. Und was Sie meinen, das stimmt eben nicht, dass der Supermarkt hier nicht nachgewiesen ist. Weil das ist nicht dokumentierbar. Weil niemand registriert sich im Supermarkt und sagt, ich gehe von 13.40 bis 14.30 in den Supermarkt. Hier ist mein Name, meine Adresse. Man weiß ja nicht, wer wann in der U-Bahn fährt, wie lange im Supermarkt ist. Deswegen sind diese Cluster, auch wenn sie auf einen Supermarkt zurückzuführen wären, nicht nachweisbar. Aber natürlich ist ganz klar, und das sagen alle Experten, da wo viele Menschen unkontrolliert und vor allem im geschlossenen Raum zusammenkommen, besteht ein erhöhtes Infektionsrisiko. Haben Sie eigentlich auch die Stop Corona App installiert? Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht, weil wir gesagt haben, ganz klar, und dieser Meinung bin ich nach wie vor, dass sie freiwillig sein muss. Es darf keine verpflichtende persönliche Nachverfolgung der Menschen gegeben sein. Und man ist ja damit nachverfolgbar. Jeder Schritt, jede Bewegung, die man macht, ist in der App gespeichert und darüber hinaus wahrscheinlich in einer Cloud. Und wir wissen nicht genau, wo das dann noch abgespeichert ist. Und mir ist wichtig, dass diese Freiwilligkeit auch gesetzlich verankert ist. Reine Worte, die die Regierung sagt, ja, wir sind ja auch dafür, dass sie freiwillig ist, sind eines. Aber ich möchte das gesetzlich verankert haben. Und weder der Gesundheitsminister noch der Bundeskanzler noch die Justizministerin sind dieser Forderung von uns im Parlament derzeit nachgekommen. Stichwort Freiwilligkeit. Sie sind ja auch Impfspezialistin vom Beruf her, also vom Brotberuf her, eigentlichen Beruf her. Was halten Sie denn eigentlich von einer Impfpflicht? Für welche Impfung konkret? Sollte es einmal eine Corona-Impfung geben? Also ich glaube, da müssen wir wirklich erst abwarten, wie schaut diese Impfung dann am Ende wirklich aus? Für welche Zielgruppe? Ist es für die Älteren? Ist es für die Kinder? Ist es für die unter 60-Jährigen, für die über 60-Jährigen dann überhaupt einsetzbar? Wie wirkt diese Impfung? Wie groß ist die Wirksamkeit und wie hoch sind die Nebenwirkungen, die zu erwarten sind? Und all das wissen wir noch nicht, weil es gibt noch keinen einzigen realistischen Impfstoffkandidaten. Und da werden noch einige Monate vergehen. Mein Tipp ist, vor dem nächsten Jahr wird es da keinen Kandidaten und keinen Impfstoff geben, der jetzt in der breiten Masse auch verimpft werden kann. Weil eines ist klar, so eine Impfung muss wirksam sein und sie muss natürlich sicher sein. Wir können hier keinen unsicheren Impfstoff anwenden. Und dann kann man sich überlegen, wie man vorgeht. Aber ich denke, auch hier muss man mal gezielt mit Überzeugungskraft arbeiten. Und ich glaube, die Leute haben ein großes Verständnis, dass wir uns gegen Corona gut schützen müssen. Und wenn das ein sicherer Impfstoff ist, dann bin ich überzeugt, dass sich sehr viele freiwillig impfen lassen. Wir kommen auch schon zu den Maßnahmen, die man nach der Corona-Krise treffen kann oder was Sie auch fordern. Das ist unter anderem eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche, die 4-Tage-Woche fordern Sie ganz aktuell. Und Sie machen sich für einen bundesweiten Mindestlohn von 1.700 Euro stark. Ist das angesichts der 500.000 Arbeitslosen, die es aktuell in diesem Land gibt und einer krachenden Wirtschaft, nicht auch ein wenig eine Themenverfehlung, solche Sachen zu fordern? Ganz im Gegenteil. Was es jetzt braucht, ist ein starkes Maßnahmenbündel. Es braucht eine geeinte Kraftanstrengung, um gemeinsam gut aus dieser Wirtschafts- und Sozialkrise, und es ist die größte seit 1945, seit dem Zweiten Weltkrieg rauszukommen. Eine Einzelmaßnahme wird es nicht sein und viele kleine, ungezielte, planlose Maßnahmen, ein Fleckerlteppich an Planlosigkeit, wird uns auch nicht gut aus der Krise führen. Und deswegen habe ich im Juni ein Kraftpaket auf den Tisch gelegt, wo wir ganz gezielt im Mittelpunkt eines stellen. Die Sicherung der noch bestehenden Arbeitskräfte und die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Arbeitsplatzsicherung muss unser oberstes gemeinsames Ziel sein. Und da braucht es vor allem kluge Investitionen in die Wirtschaft. Wir dürfen die Unternehmerinnen und Unternehmer in dieser Krise nicht allein lassen. Die Regierung macht viele PKs, Ankündigungen, jongliert mit Milliarden in Interviews. Aber diese Milliarden kommen dort, wo sie benötigt werden, offenbar nicht genügend an. Viele gehen Pleite und damit entsteht natürlich eine Arbeitslosigkeit, die im Herbst neuerlich droht, wieder hinauf zu gehen. Das heißt kluge Investitionen und zweitens natürlich müssen wir uns auch Gedanken machen, wie die wenige Arbeit, die jetzt noch vorhanden ist, gerecht verteilt wird. Und wir haben jetzt das Modell der Kurzarbeit. Das ist ein Krisenmodell, das aber nur für einige Monate anwendbar ist. Und die Wirtschaftsexperten sagen, die Wirtschaftskrise wird morgen nicht zu Ende sein. Das wird noch ein, zwei, vielleicht drei Jahre dauern, bis die Wirtschaft wirklich anspringt. Und da braucht es in der Zwischenzeit ein kluges, modernes, weiterentwickeltes Modell der jetzigen Kurzarbeit. Und das ist die 4-Tage-Woche, die ich vorgeschlagen habe. Die ist eine Unterstützung für die Unternehmer, weil es sie dabei unterstützt, ihre gut ausgebildeten, guten Arbeitskräfte, Beschäftigten zu halten, obwohl sie wenig Aufträge haben und eigentlich weniger Umsätze machen. Und hätten sie die Unterstützung nicht durch diese 4-Tage-Woche, müssten sie diese entlassen. Es ist aber auch natürlich ein Vorteil für die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, weil sie ihren Job behalten und gleichzeitig durch die 4-Tage-Woche einen Tag mehr Freizeit haben. Einen Tag mehr für Familie, für Gesundheit, Erholung. Und nur mit 5 Prozent weniger Gehalt, 20 Prozent mehr Freizeit, also in dem Fall der Arbeitszeit, die wegfällt und 5 Prozent mehr Gehalt. Und für die Gesellschaft wichtig, weil es Arbeitsplätze sichert und neue schafft, weil es gibt nichts Teureres als Arbeitslosigkeit. Menschlich gesehen, weil es menschliches Leid bedeutet und natürlich auch wirtschaftlich. Aber so ganz verstanden habe ich es jetzt noch nicht. Die Wirtschaftsleistung braucht im ersten Quartal um fast 13 Prozent ein. Wie soll das denn alles finanzierbar sein, wenn man dann Unternehmen und dann auch noch zum Beispiel eine Arbeitszeitverkürzung oder einen Mindestlohn von 1.700 Euro aufbürdet? Nein, wir brauchen eine Arbeit für alle. Wir sehen, dass jetzt allein in den ersten Wochen der Corona-Krise 200.000 Menschen ihren Arbeitsplatz verloren haben, weil die Unternehmen verunsichert waren und weil Unternehmen nicht genügend Unterstützung durch Direkthilfen und schnell genug von der Bundesregierung, vom Finanzminister, von der Wirtschaftskammer bekommen haben. Da wurde wirklich gute, wertvolle Zeit liegen gelassen. Viele Unternehmen sind pleite gegangen, standen vor dem Nichts. 200.000 Arbeitsplätze. Und wenn wir jetzt wissen, dass die Arbeitslosigkeit oder die Wirtschaft nicht so schnell anspringt, wie wir es uns erhoffen. Das heißt, die werden weiter weniger Umsätze machen. Gäste werden weiter weniger in die Lokale gehen, weil sie Angst vor Corona haben. All diese Dinge sind zu berücksichtigen. Und wenn das der Fall ist, dann muss ich ja eines dafür tun. Ich muss die Unternehmen dabei unterstützen durch ihre Zuschüsse, durch Geld, aber auch, dass sie ihre Beschäftigten halten können. Die wollen ihre Beschäftigten ja nicht entlassen, um zu überleben. Und das kann ich, indem ich ihnen sage, okay, ein Tag weniger Arbeitszeit und du musst dafür auch weniger Lohn zahlen. Und die Studien zeigen eins. Und das ist sehr interessant. Wenn die Leute 20 Prozent weniger arbeiten, ist gleich ein Tag, ergibt sich aus dem restlichen Teil der Arbeitszeit eine Produktivitätssteigerung. Das heißt, in der restlichen Arbeitszeit arbeiten die Leute produktiver, besser, effizienter, weil sie motivierter sind, weil sie erholter sind, weil sie gesünder sind. Und das ist ganz wichtig für ein wirtschaftliches Unternehmen. Also wenn ich die Arbeitslosigkeit gering halten möchte und neue Arbeitsplätze schaffen möchte, muss ich so agieren. Muss ich sagen, es gibt weniger Arbeitsplätze, also muss ich die wenigen Arbeitsplätze gerechter verteilen. Mein Ziel ist Vollbeschäftigung. Unterhalte ich es mit Bruno Kreisky, der das ja auch schon im Ziel all seiner Politik und Überlegungen in den 70er Jahren hatte. Und im Übrigen in den 70er Jahren die geringste Arbeitslosenquote, die Österreich je hatte, um die zwei Prozent. Das nehme ich Vollbeschäftigung, trotz wirtschaftlicher Krisen, die es auch in den 70er Jahren gab. Die SPÖ war ja jahrelang selbst in der Regierung und hätte ja genug Zeit gehabt, diese ganzen Dinge, die sie jetzt fordern, umzusetzen. Warum hat es damals nicht geklappt? Es gibt mehrere Gründe, an Arbeitszeitverkürzung zu denken. Die letzte war nämlich 1975. Unter Bruno Kreisky damals die Wochenarbeitszeitverkürzung von ursprünglich 45 Stunden auf 40 Wochenarbeitsstunden. Auch nicht ohne Widerstände. Damals waren die Gegenargumente und die Blockadehaltung von ÖVP-Wirtschaftsfunktionären die gleichen übrigens wie heute, die gesagt haben, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, die Preise werden sich steigern. Nichts von dem ist natürlich in den 70er, 80er und 90er Jahren eingetreten. Es kam zur Verkürzung und es war richtig. Aber jetzt überlegen wir uns mal, das war vor 45 Jahren. Was in dieser Zwischenzeit alles passiert ist. Damals gab es keinen PC, keiner hat einen Laptop gehabt, vom Smartphone war auch keine Rede. In der Zwischenzeit gibt es Digitalkassa beim Supermarkt, gibt es Online-Banking, Online-Check-in beim Flughafen. Also viele Arbeitsplätze, auch auf der Baustelle, in den Fabriken, wurden durch Computer ersetzt. Das heißt, immer mehr macht die Maschine und die Digitalisierung und es gibt für Menschen immer weniger Arbeit. Das heißt, aus dieser Logik heraus müssen wir uns sowieso darüber Gedanken machen, dass es zu einer Arbeitszeitverkürzung kommt. Wenn Sie sagen, was hat die SPÖ in ihrer Zeit gemacht? Die SPÖ hatte jetzt in den letzten Jahrzehnten keine Alleinregierung. Wir hatten einen Koalitionspartner, das war die ÖVP und die ÖVP war immer in Blockadehaltung gegenüber einer Arbeitszeitverkürzung. Sie war es damals in den 70er Jahren, sie war es in den 80er Jahren und sie ist es jetzt noch immer. Und jetzt Corona, Corona-Krise mit 200.000 Arbeitslosen mehr noch dazu. Wir hatten im April 12 Prozent Arbeitslosigkeit, historisches Hoch. Gibt es noch immer eine Blockadehaltung seitens der ÖVP. Und wir müssten doch spätestens jetzt denken, noch weniger Arbeit. Wie können wir arbeitgerecht auf viele Menschen verteilen? Jeder Mensch hat ein Recht auf Arbeit und jeder Mensch hat ein Recht auf gut bezahlte Arbeit. Der gute Lohn, der Mindestlohn, deswegen auch natürlich in unserem Forderungskatalog, muss natürlich auch Teil dieses Paketes sein. Aber dort, wo die SPÖ alleine entscheiden könnte, wäre zum Beispiel bei der Partei selbst, wäre das vielleicht sinnvoll, bei den Mitarbeitern der Partei anzusetzen und dort mal eine Arbeitszeitverkürzung zu testen und als gutes Vorbild vielleicht voranzugehen? Also wir haben zum Beispiel jetzt im Homeoffice durch Corona sehr durchgängig eigentlich Homeoffice auch in unseren eigenen Strukturen gehabt, dort wo es möglich ist, haben das in einigen Bereichen, vor allem wo Risikopersonen sind, noch immer. Wir haben auch Leute, die auf Teilzeit sind und nicht hier Vollzeit arbeiten. Aber es braucht natürlich hier eine, weil das ist ja unser Modell, das ist ein staatlich gefördertes Arbeitszeitverkürzungsmodell. Es ist ein Freiwilliges, das nicht für alle Branchen jetzt gleich von der Industrie, von der FÖST, wenn Sie so wollen, bis zum Schuhhändler passt. Das muss dort eingesetzt werden, wo es für die Branche wirklich einen Sinn macht. Und es gibt im Übrigen schon jetzt österreichische Unternehmen, die freiwillig auf diese Arbeitszeitverkürzung, auf die 4-Tage-Wochen setzen und übrigens mit gutem Erfolg fragen Sie diese Unternehmer, die berichten das nur positiv, fragen Sie die Beschäftigten dort, die berichten das auch positiv. Das heißt, es ist ein gefördertes Modell, es ist freiwillig für eine befristete Zeit und das braucht es. Man darf hier die Arbeitgeber nicht alleine lassen, das darf man nicht auf den Schultern der Wirtschaft lassen. Wir sind mitten in einer Wirtschaftskrise, das sage ich ganz klar. Da braucht es staatliche Förderungen und deswegen soll es eben ein staatlich gefördertes Arbeitszeitverkürzungsmodell sein, im Sinne einer 4-Tage-Woche. Aber in der Politik würde eine 30-Stunden-Woche zum Beispiel nicht funktionieren, nehme ich an, oder? Es gibt Branchen, wo es funktioniert und wo es weniger funktioniert. In der Politik gibt es ja verschiedene Funktionen, nicht? Auch in einem Parlamentsclub gibt es verschiedene Funktionen, in einer Parteizentrale. Da gibt es Bereiche, wie die in der Kommunikation und Presse arbeiten, die braucht man natürlich hier schon sehr viel öfter, weil die Politik arbeitet nicht nur in 4 Tagen, Sie wissen das als Journalistin genauso und als Medienfachfrau. Da ist jeder Tag eigentlich einer, wo der eine oder andere arbeitet. Das ist keine Frage, auch ich arbeite fast jeden Tag. Aber es gibt natürlich Bereiche, wo das sehr wohl anwendbar ist. Mindestlohn von 1.700 Euro, 1.000 Euro Steuerentlastung für jeden, einen bundesweiten Gastro-Gutschein, das sind ja Dinge, die eigentlich ganz gut klingen und eigentlich mehr Geld sollte jeden ansprechen. Warum ist es dann dennoch so, dass die SPÖ in den Umfragewerten nicht vom Fleck kommt? Ja, die Umfragewerte sind erstens Momentaufnahmen, aber die schaue ich mir an, die schauen wir uns alle an. Und natürlich kann keiner jetzt zufrieden sein, dass wir jetzt nicht dort liegen, wo wir eigentlich liegen wollen. Und eigentlich ist das ein Auftrag, dass wir tagtäglich daran arbeiten, mehr Vertrauen von den Wählerinnen und Wählern zu bekommen, um natürlich auch dieses Vertrauen, das wir brauchen, um Umfragen in Umfragen wieder besser abzuschneiden. Wir haben keine Frage und da hat jeder seine Rolle, das zu tun. Aber ich sage, Umfragen sind auch nicht das Einzige, was mich leitet. Im Übrigen ist eine Krise ja weltweit ja eine Zeit, wo der Scheinwerfer ganz gezielt auf die Regierungen geht. Und wenn der Scheinwerfer der Mediale auf die Regierenden ist, dann profitieren die, zumindest in der Akutphase einer Krise, und das sieht man auch weltweit so, meist auch in ihren Umfragen. Und das ist auch in Österreich der Fall. Die Regierung hat zumindest am Anfang profitiert. Und ich bin ja jetzt nicht jemand, der alles kritisieren will, sondern der fachlich objektiv die Dinge betrachtet. Und das war vielleicht auch richtig, weil am Anfang wurden von der Regierung auch die richtigen Schritte aus meiner Sicht gesetzt. Aber was sich jetzt schon zeigt, ist, dass mehr und mehr in den letzten Wochen und Monaten Fehler gemacht werden. Dass die Regierung in den letzten fünf Monaten seit Beginn von Corona nicht dazugelernt hat, ihre Lehren nicht gezogen hat. Und das ist unsere einzige Chance, um besser zu werden im Kampf gegen das Virus. Um besser zu werden im Kampf gegen diese größte Wirtschafts- und Sozialkrise. Weil sonst droht uns eine zweite Pleite- und Arbeitslosigkeitswelle im Herbst. Sonst droht uns eine zweite Viruswelle im Herbst oder spätestens im Winter dieses Jahres. Und beides darf nicht passieren. Ein ganz anderes Thema. Der Name ist schon gefallen. Bruno Kreisky hatte vor einer Woche seinen 30. Todestag und unter ihm wurde die SPÖ zur stärksten Partei des Landes. Was hat er denn anders gemacht als Sie? Was hat er mit Ihnen gemeinsam? Mit mir als Person? Ja. Interessant, weil ich habe anlässlich seines 30. Todestages auch mit seinem Wegbegleiter Heinz Fischer mich lange unterhalten. Habe auch im Vorfeld lange mit ihm dazu schon telefoniert. Er war Klubobmann, Heinz Fischer war Klubobmann damals für Bruno Kreisky und kennt ihn eben sehr lange. Und er hat vor allem eines gesagt und das ist übrigens mein Bild von Bruno Kreisky. Er war ein sehr mutiger Politiker, der sich kein Blatt vor den Mund genommen hat. Viel Mut an den Tag gelegt. Er war ein Stimmungsmacher. Der hat Stimmungen gemacht und Meinungen kreiert. Er hat sich nicht wie einige populistische Politiker in der jetzt Zeit auf Stimmungen draufgesetzt, weil sie sich erhoffen, dass das ihren Umfragewerten nützt. Sondern er hat aus Überzeugung Politik gemacht. Er hat die Arbeitszeitverkürzung trotz aller Widerstände zum Beispiel durchgebracht und ihm war Vollbeschäftigung das zentralste Ziel. Der Freibildungszugang, Gleichberechtigung. Das ist nicht selbstverständlich. Aber die Zeit, die politischen Rahmenbedingungen sind natürlich nicht vergleichbar. Ich meine, damals gab es zwei, drei politische Parteien. Heute gibt es fünf im Parlament. Außer dem Parlament gibt es dann noch viel mehr Parteien. Das ist eine viel breitere Parteienlandschaft. Demokratiepolitisch ist das gut. Ich glaube, das ist gut, dass die Breite der Gesellschaft abgebildet ist. Und die Wählerinnen und Wähler sind auch ein bisschen anders in ihrem Verhalten in den 40 Jahren geworden. Es gibt diese Traditionswähler, die ein Leben lang die ÖVP wählen oder ein Leben lang die SPÖ wählen. Die gibt es ganz wenig nur mehr. Die Wählerinnen und Wähler wechseln oft, sind viel flexibler von Wahl zu Wahl und gehen viel mehr nach Inhalten und Themen. Und da sind wir gefragt, als politische Parteien eben auf Inhalte zu setzen. Und genau das tue ich jeden Tag. Wir müssen die inhaltliche Schlagzahl hochhalten. Und im Übrigen, was ich hier mit Bruno Kreisky gemeinsam habe, sein zentrales Thema, die Vollbeschäftigung, steht jetzt ganz klar im Mittelpunkt all meiner politischen Maßnahmen, die ich jetzt als Weg aus der Krise setze. Das ist Arbeitsmarkt, Beschäftigung stärken, Arbeitsplätze sichern, Gesundheit. Gesundheit schützen ist natürlich in einer Gesundheitskrise ein ganz wesentliches Thema. Und ein drittes Thema, das wir heute noch nicht besprochen haben, Verteilungsgerechtigkeit ist natürlich mehr denn je aktuell, war auch für Bruno Kreisky ein wichtiges Thema. Wer zahlt die Kosten dieser Riesenkrise? Es kann nicht sein, dass die, die jetzt schon die höchste Steuerverantwortung tragen, die Systemerhalter, die Applaus bekommen haben, dann auch durch Steuererhöhungen zur Kasse gebeten werden. Da sage ich, es braucht mehr Steuerverantwortung bei den Millionären dieses Landes und bei den Onlinekonzernen, den großen. Sie haben es zu Beginn gesagt, Ihre Antwort, Bruno Kreisky hatte eine sehr ausgeprägte Persönlichkeit und war nicht auf den Mund gefallen und hat auch oftmals gekrantelt und gesagt, was ihm gerade durch den Kopf geht. Heute hat man das Gefühl, dass Politiker all glatt und perfekt sein müssen und mehr durchgecoacht sind. Glauben Sie, dass es da wieder ein Comeback gibt zu dem krantelnden Politiker? Oh, das ist eine gute Frage. Da kann man drüber nachdenken. Aber ich glaube auch, dass Bruno Kreisky in der heutigen Zeit natürlich anders Interviews geben würde, als er es damals gemacht hat, weil die Journalisten damals und die Medienwelt natürlich auch eine etwas andere wäre. Aber natürlich gibt es immer Trends in der Politik, keine Frage. Und ich glaube, das Wichtigste, und das hat er so stark verkörpert, ist Glaubwürdigkeit. Und an dieser Glaubwürdigkeit, an der müssen wir uns orientieren. Und wenn es eine glaubwürdige politische Kraft in diesem Land gibt, die für soziale Gerechtigkeit stehen, die für Gleichberechtigung, für Verteilungsgerechtigkeit, fairen Bildungszugang stehen, dann ist es die Sozialdemokratie. Und das war unter Bruno Kreisky so in den 70er Jahren. Und das ist jetzt in dieser Krisenbewältigungszeit natürlich auch wieder die SPÖ. Zum Abschluss noch eine ganz andere Frage. Sie haben sich selbst durchgekämpft in der Politik und Sie sind die erste Frau an der Spitze der SPÖ. Was würden Sie denn sagen, wenn eine Ihrer beiden Töchter irgendwann einmal zu Ihnen kommt und sagt, Mama, ich möchte in die Politik gehen? Also ich glaube, prinzipiell sollte man den Kindern, egal ob es Töchter oder Söhne sind, keine Steine in den Weg legen. Und ich glaube, wenn man es versucht zu beeinflussen, ist man eh schon gescheitert. Das ist eh sinnlos, weil dann machen sie es erst recht. Aber warum nicht? Ja, sicher. Also ich glaube, Mädchen, Frauen können alles. Sie können natürlich auch Politik und Politikerinnen sein. Und es braucht mehr mutige Frauen in der Politik. Und was ist, wenn Sie zur FPÖ gehen wollen würden? Ja, also ich glaube, dann denke ich, vielleicht habe ich ein bisschen was falsch gemacht, auch in meinem politischen Reden mit Ihnen. Also ich rede sehr viel halt natürlich in einer Kindersprache, in einer angepassten Sprache mit Ihnen über Gerechtigkeit, über Gleichberechtigung, über Arbeitsplätze. Das ist ja für Sie noch weit weg. Und ich versuche Ihnen trotzdem, diese Dinge zu erklären. Also ich glaube, das wird nicht passieren. Frau Rendi-Wagner, noch einen schönen Urlaub. Ich glaube, nächste Woche geht es los, auch mit den Töchtern. Und liebe Grüße zu Hause. Danke für das Interview. Dankeschön. Danke auch an Sie, dass Sie mit dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche zu den nächsten Sommergesprächen. Hans Damon, wundere ich nun nach Arbeit. Bei ус da weiter sein. Eigentlich bleibt etwas Scherzeres hin. Dankeschön. Vielen Dank.